So, ich fange schon mal mit der Aufnahme wieder an. Ja, äh. Wir müssen jetzt auch nicht groß da so reden, als ob ich meine, ich werde nur ein paar Szenen wahrscheinlich reinschneiden, ne? Ja, natürlich. Ja, oder wir machen nochmal ein Special draus, weißt du? Wenn jemand wissen will, was passiert war, oder wenn man etwas davon abbekommen hat, mein Internet war abgestürzt. Das machen wir sobald, äh, das erklären wir sobald, äh, wir wieder an der Stelle sind, wo es abgestürzt ist, würde ich sagen. Ja, okay. Ey, der Abschutz sah bei mir aber recht cool aus, weil ich hab den Typen, der da links saß, weißt du noch, in dem Museum? Ja. Ich geb ihm so zwei Headshots, hä, wieso treff ich denn nicht, ne? Geht zu ihm hin, mach einen lautlosen Kill, plötzlich steht, plötzlich steht er, ne? Ja. Und macht so die Arme nach links und rechts. So, what the fuck? Okay. Cool. Äh, will wir jetzt von, äh, hier snipen? Nee. Doch. Kannst du gar nicht. Doch, kann ich. Aber okay, wenn du es nicht willst. Das wäre aber vollarschig von dir. Hat er schon auf dich geschossen gerade? Äh, kann sein. Ja. Mann. Das, du bist zum Glück zu mir runtergefallen. Ja, ich hab dich gefolgt. Ja, ich krieg gerade schon aufs Maul, deswegen. Findet ihn. Ich sterb gleich. Ich bin tot. Ja, ich bin tot. Wirklich? Nee, war gelogen. Mann. Ist er tot? Ja, ich hab dir ja Zoom gebraucht. Das hilft. Das ist eine Lüge. Ah, okay. Ähm, was macht er dann? Das hat mich auch gerade gefragt. So ganz normal sah das jemals nicht aus, ne? Ja, genau. Oh, von wo war das? Au! Hä? Von wo? Äh, wahrscheinlich auf dem Gebäude rechts. Ist er tot? Nee. Äh, ich schon. Wieder. Moment, ich will hier nur kurz... Okay, jetzt. Ich wollte hier nur kurz loswerden. Hä? Wo lebe ich denn wieder gerade? Total an der falschen Stelle eigentlich. Das war knapp. Irgendwie fand ich unser Vorgehen beim ersten Mal besser. Äh, ja. Kann man sagen. Ja, ist tot? Mhm. Und der auch. Sollten alle gewesen sein. Äh, der muss dieser dämlichen Scheiß mit der anderen Gewehr wieder machen. Hm? Achso, nee. Nee, nee. Keine Lust. Wobei MP40 findet man bei den irgendwie auch nicht, ne? Na, ja. Geschickt. MP40 ist leer. Ja, hilf mal! Ich bin Gefahrengutsicherer. Das heißt, ich jage es hoch, damit es kein anderer mehr machen muss. Wieso gehe ich jedes Mal hier hin? Da ist nix. Obwohl doch einmal Springfield Munition, aber das ist vielleicht nicht so wichtig. Lass direkt runtergehen. Nein. Wo musst du denn überhaupt hin? Ja. Doch. Granaten. Hm. Jetzt kann ich nicht sein. Hä? Du bist durch mich durchgelaufen, du Cheater. Wallhack. Ich bin der Cheater-Ging. Hey, was seid ihr denn bitte für Cheater? So. Die überleben das nicht. Wow. Es gibt noch mehr. Hä? Wo ist die Granate? Äh, die sind alle schon weg. Dup, 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 dup. Ich habe aber eigentlich eine Granate eigentlich doch da reingeschmissen und die ist nicht explodiert. Doch, ist er. Ne, die zweite. Oh. Ich habe kein zweites von dir gesehen. Mann, wir haben alles explodiert. Ich bin der Luther King. Oh. Entschuldigt, Freunde, ich habe euch vergessen gehabt. Oh, fuck. Wieso zur Hölle ist denn da nur ein Schuss drin gewesen? Was haben die alle für Kackwaffen? Hey, hi. Hi, hi. Was ist das? Geh weg. Schieß mein, äh, Explosiv. Wie das denn? Mach es nicht. Ich sehe die noch nicht mal von hier. Oh, okay. Ich, äh, Stunt. Hast du überhaupt irgendwelche am Körper? Guck, guck mal, ich stunt so vor dir. Achso. Warte, lass mal testen, bleib mal stehen. Das geht wirklich. What the fuck? Ich habe jetzt einen Stiel und Granate weniger. Wieso geht das? Das ist total lächerlich. Ich bin nicht mal tot. Auf wen schießt du? Da ist doch gar keiner. Ich glaube, der lebte noch. Der hat auch um Hilfe gerufen, oder? Ja, hat er. Das war nur Inkapazitation. Siehst du, ich habe ihm geholfen. Ja. Geh aus mir raus. Ich bin schon wieder schneller als du. Wir sind wieder schwul. Was? Wieso wieder? Wie du einfach durch mich gelaufen bist und ich in dir stecke. Wir müssen uns beeilen. Ich habe eine Idee, wie es lustiger wird. Warte. 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 Einfach falschrum umbringen. Nicht schlecht. Ich hatte irgendwie gehofft, der von dem aus, ich schieße, merkt es da nicht. Aber es hat irgendwie nicht so ganz geklappt. Hat er vielleicht auch ein bisschen unrealistisch gewesen. Ich habe voll... Ich habe der Mosina mitgenommen, übrigens. wie das denn ist aus dem nächsten Raum jährlich hat er schon mal hat meine die Bedeutung ja ich hatte schon ich hatte schon eins mit Dumm, 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 dumm Oh Der Geister wieder mit Munition und der steht wieder auf Das Geile ist, der hat ja auch wieder Munition Wo sind die anderen wieder? Hä, welche anderen? Die sind hier draußen Willst du dich wieder irgendwo anders hinbegeben? Ja ich bald schon mal den scharf schützen da oben im visier okay sagt dann ich bin preis ok 1 ich bin bei 17 kennst du das ja 2 also ich hab 4 1 und 4 ich meine 6 das war meiner gewesen da stand aber nicht ein name drauf oder doch da recht sind die ich bin tot ich war noch nicht mal verwundet ok ich komme ich rette dich neu ich hab mich mit der pistole erwischt ich habe etwas umgebracht komm schon man wirklich habe ich nicht umgebracht ja ja ich hatte 100 bpm ach der oben ist ja noch einer wow der fliegt hast du auch gesehen ja das hat er wirklich gemacht ich habe es nicht gesehen ich habe ihn leider von unten nur gesehen ja ich auch aber ich habe gesehen dass er nicht mehr da lag ach ja wir dürfen in der links nicht vergessen stück gleich wieder einer von uns nicht schlecht ok wir müssen ja an den alten spielregeln festhalten weißt du dass wir am ende auch ein realistisches ergebnis haben also das ist meine ist gut dass ich dann ist es gut dass ich diesmal ein mosen mit habe ja eigentlich voll nicht ich wollte gerade für mich da mussten wir dieses mal auch einmal die brücke hoch liegen lassen ok aber wir schummeln und du bleibst da hinten stehen ok herr die frage ist vor allem wenn wir das machen geht die brücke eigentlich kaputt wenn wir das hier von hier aus abschließen ja und das mussten wir nicht das macht die mission kaputt also mach es nicht wir können ja zum ersten checkpoint gehen und es dann noch mal ausprobieren und wir sollten vielleicht auch gleich mal eine begrüßung machen